Ich schmink mich jetzt nur mit Produkten von Essence. Das habe ich jetzt alles neu gekauft. Ich habe fast alles doppelt gekauft. Denn diese Box mit Essence-Produkten verlose ich an einem von euch. Dazu kommen wir später. Wir fangen jetzt an mit diesem Primer. Ich habe fast keins der Produkte getestet, deshalb bin ich sehr gespannt. Der soll mattierend und glättend sein. Ich mache das einfach direkt drauf. Weil ich hier ein paar unerwünschte Besuche habe, habe ich dieses Anti-Pickel-Gel mitgenommen. Das mache ich jetzt auch schnell raus. Ich gebe euch auf jeden Fall in meiner Story Updates, ob es was bringt. Zunächst ist diesen Stick für unter die Augen. Kommt noch vor Concealer und Make-up raus. Ja, kann man machen. Jetzt verwende ich diese Foundation. Ich bin sehr gespannt auf die Foundation. Bisschen zu hell, glaube ich. Lässt sich aber auf jeden Fall gut verteilen. Und ist sehr natürlich, finde ich. Das hier ist der neue Concealer von Essence. Den muss man hier so drehen. Das finde ich richtig cool. Oh, jetzt schießt es raus. Jetzt schießt es raus. Das ist, by the way, auch ein Abdeckstift. Der deckt richtig gut ab. Wow. Dann habe ich hier nochmal den gleichen Concealer in einer dunkleren Farbe. Den verwende ich als Contouring. Vielleicht habe ich etwas zu viel aufgetragen. Das war eine Schnapsidee. Als nächstes ist dieser.